Hallo, ich werde immer wieder gefragt, wie man einzelne Bilder von mir herunterladen kann. Ich pflege meine Fotos in Fotoalben auf Flickr. Das ist ein Dienst, wo man Fotos online verwalten kann. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du einzelne Bilder oder ganze Alben herunterladen kannst und sie verwenden kannst. Dazu gehst du in die Suchmaschine deiner Wahl, wie jetzt hier zum Beispiel Startpage.de und suchst nach HD Valentin und Fotos oder HD Valentin und Flickr. Und dann sollte dir auch das relativ schnell ausgespuckt werden. Hier auf der Profilseite kannst du lesen, was zu beachten ist, wenn du Bilder von mir verwendest und sie ausdruckst, weitergibst, veröffentlicht, wie auch immer. Dass du eben meinen Namen nennst und die Quelle verlinkst und auch die Lizenz angibst, unter die das Bild veröffentlicht ist. In der Regel sieht es so aus wie hier. Meine Fotos findest du in den Alben. Da gibt es hier oben einen Knopf. Da kannst du schauen, welche Alben es gibt. Und wir nehmen jetzt mal das Konzert von Milly Melo. Und da findest du gleich hier, auf dem ersten Bild, wo der Titel ist, findest du einen Pfeil, der nach unten zeigt, mit einem Strich darunter. Wenn du hier drauf klickst, bietet dir Flickr an, alle Fotos dieses Albums als eine ZIP-Datei herunterzuladen. Die kannst du irgendwo speichern und dann öffnen. Da sind dann die ganzen Bilder drin. Alternativ, wenn dir nur ein Bild gefällt und du das haben möchtest, dann suchst du es dir aus, klickst es an und findest auch hier rechts unten wieder diesen Pfeil, der nach unten zeigt und den Strich darunter hat. Und wenn du hier drauf klickst, dann bietet Flickr dir verschiedene Größen an und wir nehmen jetzt hier das Original und da klickst du drauf und dann siehst du hier in der Leiste unten, dass es direkt schon heruntergeladen hat. Bei manchen Browsern mit Firefox ist es zum Beispiel ein Pfeil hier rechts oben in der Menüleiste. Genau, und da würdest du es dann auch wieder finden. Alternativ kannst du auch in der rechten Maustaste drauf klicken und sagen, Link speichern unter oder Ziel speichern unter. Da kannst du angeben, wo das Bild als Datei gespeichert werden soll. Ja, ich hoffe es hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und vielleicht bis bald.